Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Heute mit Dalu, Maru, Dadosch, Fisk, Julie, Krabs, Kunran, Maxi, Nils, TauTau, Early und Payne. Hallo. 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 Das war jetzt echt die ganze Liste. Das ist jetzt aber wirklich die größte Runde. Die größte Runde, ja. Die größte Runde hatten wir schon mal auf Resident Evil mit 16 Leuten. Wow. Krass. Nee, ich glaube, wir mussten den Server noch mal größer machen, weil wir mehr als 16 waren. Ich glaube, wir würden 21 Mal ganz im Anfang gut dabei macht es. Komm her. Brains, hau ab, bitte. Ey, die Runden waren ewig. Ich hab keinen Bock. Mit dem Barrel da. Guck mal, wie Dalu sich schon wieder ziert, Leute, ey. Ja, oder warum schießt du mir mit der Rotation-Gun? Ey, warte mal, es ist... Was? Nein, nein, es ist Maxi. Drück mal zweimal auf den C und dann dreh dich mal um. Nils, wenn ich Tor bin... Nils hat auf mich geschossen. Dreh dir... Ey, was? Maxi und... Du hast ihn geschossen auf mich. Du hast Stil gestanden, du wärst tot, wenn ich dich geschossen hätte. Ich bin Dete. Ja. Er schießt auf Krabs. Jetzt kommen Krabs, die Mauer. Er hat ne Taube, du Kinn! Ich lebe noch, ja. Hallo. Ja, dann... Ja, komm, Paar. Ja, dann muss es... Ja, okay, es muss Krabs sein, es muss Krabs sein. Krabs? Ja. Okay. Ich erklär mir das mal, Nils. Ich weiß gar nicht, wo er überhaupt ist. Ne, 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 erklär mir das mal. Komm ab. Nein! Nein! Ah, da kommst du ja gar nicht mehr weg. Wenn hättest du ihn erschossen, hättest du ihn direkt abgebrochen. Das war sehr erfolgreiche Runde. Oh, Payne, ganz am Anfang. Tut mir leid, ich hab einfach so... 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 Das merke ich mir richtig. Das merke ich mir. Du brauchst aber auch den Kopf, oder? Aber das mit dem Warwick funktioniert gut. Wir sind jetzt einfach nur meckern auf hohem Niveau, aber wir haben jetzt durch das... Das ist nicht so ein... So ein Pfeil, so der unten am... Oder so ein Pfeil. Der liegt über den ganzen... ...Friendship Beam. Der liegt die ganze Zeit... ...zwei Uhr. ...Megang auf großer Niveau. Große... Was? Große... Große... Das hab ich noch nie gehört. Hallo! Also der hat mich eben erschossen. Noch, Rosa ist gut. Nehmen wir Rosa. Ich wurde getroffen, ja. Ich hab dich eben getroffen. Oh, tut mir leid. Ich hab einfach die Fensterscheibe gut geschossen und in den Moment bin ich auf einmal hochgefahren. Hier ist es wirklich hier oben. Ich ne Waffe hier. So, Ali, wir stellen das nochmal nachvollziehen. Was? Wo flog grad die Waffe her? Drück mal F, F, C und dann dreh dich nach rechts. Nils? F, F, C und nach rechts. Das ist ein Bug, das ist für die Zuschauer ganz witzig, weil sich da ein Oberkörper, also um 180 Grad dreht. Das sieht einfach so scheiße. Hallo, ich bin tot, Nils? Nils? Ja, okay. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Nils? 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 er hatte diese baseball ding dadurch ja ich bin da fest wenn er hat ihn gerade erschossen habe ich habe gesehen dass er mit dem bestellten zugelaufen ist also das muss ich halt so einfach mal okay warte also dadurch lebt noch wer liegt noch ich habe zu dem bestellte aufgesammelt ja okay kein problem noch fünf leute das war ein bisschen laut das ist krebs hier einmal ich habe einfach mal gut inszeniert ich habe einfach mal die rolle des dummen gespielt du mir so getroppt hast sogar und passen auf uns ausprobiert war es hier bei mir das ist ja nicht mehr reden zu maru hallo ehrlich Das war ein Prank, das war ein Prank, das war ein Prank, ich, ich weiß es nicht. Du wolltest jetzt zweimal zu wirkliches Kündern, lass mal Kündern hier hängen, oder? Aber es war auf 20%, wir sind doch noch viele. Während ich am Faden hänge, kann ich da mal sterben? Gib Kündern mal 20% wieder. Ja, wenn du abgeschossen wirst, ja. Verlieren wir nicht zu viel. Wollte doch nicht. Ja, das ist nicht. Ja, als Anfänger kann man das so sagen. Ja, das stimmt. Ja, lol, da ist grad jemand gestorben. Da ging er noch hoch. Ah! Was, Dardosch? Dardosch schießt auf uns! Dardosch ist es. Wo ist der da? Hallo! Dardosch! Warum muss ich jetzt da sein? Dardosch ist tot. Ah, danke. Bisk ist hinter mir. Ja. Und ich bin vergiftet. Kannst du noch Voten? Ich hab doch Maru schon mit dem Voten. Maru, Maru? Maru war Trader, oder was? Maru läuft noch rum. Krabs ist der letzte Trader. Krabs und Kunran, Leute, an alle Innos, die noch leben. K.K. K.K. Hör... Hör... Wann denn? Ah! Das war ziemlich nah, ey. Hehehe. 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 Wer ist jetzt Trader? Kunran ist der letzte Trader. Kunran, okay. Ja, Kunran, okay. Nein, ich hab Krabs grad gedöhnt. Siehst du auch oben rechts. Ich sehe nur, dass du ihn identifiziert hast. Kunran ist unten beim Trader, Kollegen im... Ich trau Dalu nicht. Ja, es ist auch Dalu. Das ist doch so ne typische Dalu-Masche. Ich kill einfach jeden, den ich sehe. Die haben die viele Trader, ey. Ich kill einfach jeden, den ich sehe. Ey, genau zu Dalu. Vielleicht ist es auch Pain. Ey, das ist jetzt... Ha! Hehehe. 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 Er hat eben gesagt, er will jeden töten, den er sieht. Nein. Außer, der... Also, Kunran und Dalu werde ich töten, wenn ich die sehe. Oder... Ach, ich kenn einfach... Orally ist es eigentlich. Orally. Plotwrist. Ja, ja. Ich bin es. Äh, hier kommt ein Friendship. Hehehe. 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 Hier war auf jeden Fall so ein Laser. War ein Laser, wie der abging. Hehehe. 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 Oh. Das klang nach ner Orb. 다�ang rauf. Ja, ne ja. Oh Gott. O.k. Hehehe. Hehehe, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, sorry. Ich bin komplett verwirrt, ich bin komplett verwirrt. Hilft mir mal. Oh jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ich bin komplett verwirrt. Ja, danke schön. Schade, da hätte er ihn doch mal jetzt hieß, oder wäre es vorbei gewesen, Leute, wenn's euch gefallen hat. Woher wusste ich, woher ich das bin? Was war du? Ich? Weil du einen unten abgeschossen hast und du hast schon auf ne Leiche und hast ihn nicht konfirmt. Ja, aber du hast ihn trotzdem nicht konfirmt. Los, moderiert jetzt ab da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei anderen vorbei und bis dahin macht's gut. Tschau.